Also ein Spielfilm stelle ich mir so vor. Da lernen sich zwei kennen und nach einer gewissen Zeit, dann gibt es den ersten Krach. Naja, und dann sind sie wieder zu stolz dazu, dass so irgendwie, dass einer zum anderen hingeht und dann erklärt das wieder alles sozusagen zur Versöhnung. Und traut sich keiner und dann müssten sie auch von der Arbeit bringen, viel von der Arbeit, was sie macht und was er macht. Naja, dann lernt sie eines Abends mal einen Mann kennen, also einen jungen Mann. Und dann merkt sie doch nachher noch eine gewisse Zeit, dass sie doch nicht den so gern hat, wie sie mit den ersten zusammen war. Und man muss ihnen das erstmal erklären, wie das ist. Und dann kommen sie dann ja doch zusammen und dann durften sie den Film aber nicht gleich abdrehen. Dann müssten sie weiterzeigen, wie sie weiterleben oder wie die Familie wechseln, was für Probleme da sind. Und... Ich sehe ich nicht weiter.